Hallo und herzlich willkommen im Autohaus Schöne Aussicht. Wir freuen uns sehr, Sie endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Viel zu lange konnten wir Ihnen keine neuen Modelle vorstellen. Inzwischen hat sich die Suzuki Modellfamilie vergrößert und wir wollen Ihnen heute die neuen Susukis vorstellen. Hinzu gekommen in diesem Jahr neben dem Suzuki A-Cross der Suzuki Swayze. Der Suzuki Swayze ist der erste Vollhybrid der Suzuki Familie. Für Familien, Langstrecken und maximale Fahreffizienz. Der 1.8er Benziner mit 98 PS und dem drehmomentstarken E-Motor ergeben eine Systemleistung von 122 PS. Seine fließenden Linien sind flach, breit und wirken eher sportlich. Der Swayze ist bereit, viel Komfort und gleichzeitig praktisch. Verbinden Sie sich mit Ihrem digitalen Umfeld. Mit Apple CarPlay und Android Auto ist Ihr Smartphone direkt vernetzt und kann in der Ladeschale kabellos geladen werden. Das serienmäßige DAB-Radio und etliches mehr kann man über das Multifunktionslenkrad steuern und sich dabei noch die Hände wärmen. Das ist nämlich auch serienmäßig. Der Swayze hat serienmäßig Automatik und hat drei Fahrmodi, Normal, Eco und Sport, die sich dem Fahrstil und der jeweiligen Fahrsituation anpassen. Sicherheit ist groß geschrieben. PCS, Pre-Kollisionssystem, der Aufpasser bei hohem Kollisionsrisiko, Spurhalte-Warnsystem mit Lenkeingriff, Verkehrszeichenerkennung, Müdigkeitserkennung, adaptives Tempomat, intelligentes Einparksystem und einen Ausparkassistenten, womit das Wichtigste erklärt wäre. Scheinwerfer mit Fernlichtassistent, schlüsselloses Starten, Zwei-Zonen-Klimaanlage. Sie können ihn finanzieren oder leasen. Und Probefahren? Natürlich Probefahren, das muss sein. Wir freuen uns auf Sie. Suzuki Way of Life Wir sehen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020